Ah, so ist das. Was ist denn? Nix. Was hast du geklaut? Ich hab gar nichts geklaut. So, jetzt bauen wir das wieder an. Wenn ich keine geraden Flächen hier habe, das ist lästig. Hallo Blacky, einen wunderschönen guten Abend dir. Wieso ist das 18 plus? Weinhalt. Wie, wieso ist das 18 plus? Mein Stream ist doch ab 18 gefleckt. Mir sterben die ganzen Leute weg. Ich hab nur noch 50 Leute, die da leben. Also, es wird schon wieder Frühling. Ja, ich glaub, das ist der Krankheit egal. Was machst du denn da drüben? Ja, sterben. Hast du keine Medical Herbs oder so? Doch, aber es bringt nichts, wenn du keinen Medizinmann hast. Also, ich hab auch keinen Medizinmann, aber meine sind auch alle nicht krank. Dann keine Ahnung. Also, Medical Herb brauche ich an, aber anscheinend interessiert das die nicht. Das wird bei mir auch regelmäßig weniger. Consumption Yearly. Yearly. 130. Also, wie du sehen kannst, ich baue es an, aber... Ja, hab's grad geguckt. Das interessiert, finde ich. Sie sterben. Es ist wieder einer gestorben. Armer Chris. Da war einer von den Guten. Opo, nüppel jetzt nicht ab. Ich nippe, blabab. Das ist aber nicht gut. Jetzt ist Faye gestorben. Nein. Die Medizin ist ja gleich da. In 50 Sekunden. Willy ist auch gestorben. Mir sterben jetzt im Sekundentakt die Leute weg. Ich hab keine Ahnung warum. Ich hab grad Immigranten von Ruheln bekommen. Ja, von mir können sie nicht kommen, weil sie vorher sterben. Nein, warum war ich denn da Wied Bier? Jetzt weiß ich auch warum ich keinen Wied hab. Brauch mal schon ein Bier. So, jetzt hab ich 10 Immigranten bekommen. Yay. Da wollte ich eigentlich Phil da hinknallen. So, jetzt hol ich. Dann geh ich jetzt zum NPC und... Da ist Rune. Oder der 92. Er ist mein Goldclan. Hoch. Hm? Nein, du hoch. Nicht sterben. Was, der Liseich? Im Moment, ich muss grad kurz... Wörter googeln. Gehen wir da weg. Ja, dann googeln sie. Wer hat das Fräulein? Keinen Eintrag gefunden. Das englische Wort gibt's nicht. Und was denn? Wörter Lise. So. Oro hat jetzt Medizin. Das Lustige ist, von der Medizin... Okay, das möchte ich jetzt nicht. ...hab ich jetzt 30 instant verbraucht. Das klingt wunderbar. Wann kriegt er denn so einen blöden Medizin, Mann? Oh, der George ist an Altersschwäche gestorben. Oh nein, George. Er war ein guter. Ja. Bei mir ist alles gebaut. Bei mir gibt's gerade nichts mehr zum Bauen. Krasser Shit. Ja, ich würd gern einen Trading Port bauen, aber... Aber ich hab keine Steine. Brauchst du welche? Nein. Ich glaub, ich kann nicht mal schenken, oder? Doch. Aber ich will keine. Ich brauch so was. Ich könnte sie dir geben. Nein. Warte mal, Diplomatie, was ist denn da? Sorry. You are a strong influence points relationship. Weißt? Was ist der Unterschied zwischen... Oh. Hast du ihn rausgefunden? Ich bin dumm. Okay. So. Gut, dass ich die Frage nicht gestellt habe. Aber warum? Was wäre ich sonst... Äh, ja. Was wolltest du für eine Frage stellen, Oro? Nie. Was heißt da nie? Need region with coal or... Du kannst die Kohle nicht überall abbauen, du brauchst so einen Erzdingspunkt. I know. Hab ich bei dir. Das heißt, da drüben kann ich Erzen, da drüben kann ich Kohle. Schade, ich hätte da drüben anfangen sollen. Meine Herbs werden zu viel. Das heißt, ich werde von Kohle und Erzen nie was haben. Schade. Dann kann ich das wieder verkaufen. Oh, ich müsste bald mal wieder neue Häuser bauen. Warum sagt der Full Inventory, wenn da genau hinter ihm ein leeres Lager ist? Das weiß ich nicht. Diese Probleme habe ich ausnahmsweise aktuell nicht. Schon ein bisschen komisch, oder? Ein bisschen, ja. Ich bräuchte auch mal wieder einen Forrest... Forrest... Forrestra. Forrestra. Wie viel Gold habe ich? Ach, das kann ich belasten. Das hole ich mir so. Das ist immer mit Food. Immer auch mit Food. Das ist aber nicht schlecht, wenn ihr das mal machen könntet. Und jetzt wird spannend. Was denn? Ich mache Treasury Guard. Ich werde sehr viel jetzt abrufen. Sehr viel. Bei mir geht's gerade. Aber ich könnte hier mal... So, jetzt gehe ich wieder zum NPC und laue mir Menschen. Ich baue eine Brücke. Jetzt baue ich Wege. Hä? Hm. Hat nicht funktioniert, nur ein Schand. Was denn? Äh, Leute zu kloren. Wow. Ach so, habe ich wieder... Ja. Ja. Da. Zack. Zack. Alle kriegen gerade ihren... Ihren Clay-Update, die Häuser. Jetzt wirf's? Ja, die haben das doch so ewig nicht gebaut. Was? Und jeder hat unsere... So kleine Probleme, was? Ja. Das bauen sie auch. Ach so, ja. Ich habe keinen Stein. Weil sie die andere Scheiße da drüben nicht... Ah, jetzt! Dankeschön! Man muss nur einmal motzen. Das stimmt. Ach so, ja, Geld habe ich genug, alles klar. Tudu, tudu, tudu. Dieses Upgrade, der Upgrade-Sound ist immer geil. Stimmt. Gehen die Häuser eigentlich über Level 3? Keine Ahnung. Oh, ich habe gerade mit meiner Schulter die Lautstärke von meinem PC runtergedreht. Das kenne ich. Ja, jetzt bauen sie das Haus. Das Problem... Das Problem hatte ich früher auch. Oh, not enough brick for upgrade. So, jetzt hat er wieder Platz für 14 Leute. Wir sind schon in Jahr 6. Wir sind gut. Mal noch so ein B-Keeper kaufen. Ja, es wäre schön, wenn er erst auch mal gebaut werden würde. Da hinten habe ich alles. Jo, kann ich mir gerade kaufen. Kann ich mir auch gerade kaufen. Jetzt kann ich mir nichts mehr kaufen. Das war zu viel. Oh, Mann. Oh, schön. Roman hat mir wieder 100 Gold gegiftet. Das ist aber nett von ihm. Dankeschön. Mir giftet er nie das Schwein. Tja. Tja. Ich weiß sogar warum, glaube ich. Warum? Eventuell hat er kapiert, wer ihm die ganze Zeit Leute klaut. Aber wir sind jetzt auch bestimmt fünfmal Leute, glaube ich, von ihm hergekommen. Loll, das war ja ein Riesengebiet, was ich hier gerade geklemmt habe. Wot the fuck? Warte, den muss lurken. Ich bin jetzt so ein Riesengebiet schon. Ja, das mit dem Gold oder Wanz, oder? Ja. Ich dachte, mir ist es vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich das mal mache. Ich habe leider gar nichts bei mir. Ich Idiot habe einfach... Oh, ich habe da unten Gold. Aber ich glaube, ich kann kein zweites Gebiet sozusagen erstellen. Wie, zweites Gebiet? Leider. Ja, du kannst... Das muss alles... Ne, das muss alles angrenzen an deinem jetzigen. Schade. Das heißt, ich kann nie Gold abschürfen, weil ich habe hier gar nichts. Ich habe nur Grapefruit, da unten hätte ich vielleicht Kohle, aber da muss ich erst mal hinkommen. Was habe ich denn zurzeit viel? Immer noch Schwammerl. Ich habe hier nichts. Ich hätte auf die Erze gucken sollen. Aber was soll man machen? Dafür bin ich genug Stern. Ah, der kommt jetzt bei mir auch langsam wieder. Yay, mein Tech Tree ist fertig. A Blacksmith Card. Habe ich das hier wohl. Und jetzt habe ich was vor. Oha. Oh Gott, was vor. Was haben wir denn hier? Es wäre immer noch lieb, wenn ihr den Beekeeper mal endlich bauen könntet. Den habe ich auch noch nicht gebaut. Ich brauche mehr Bewohner. Die Tür schmeißt wieder Liebe in den Chat. Und er verteilt Hux. Oh. Ja. Ich habe echt viel Fisch. Und er hackt dich. Oh. Ich hack zurück. Ähm. Also, Eisen kommt noch. Jetzt kann ich doch trainen. Da, 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 da. Oh, jetzt wird er, glaube ich, fertig. Nee, wird er nicht. Wow. Okay. Oh. Ach, G-Hacken. Ich hack dich auch, DJ. Wofür brauche ich eigentlich Influence Points used for claiming land and minimizing other towns. Warum hat sich hier gerade ein Downgrade? Das geht einmal gar nicht. Braucht zwei Typen von Luxusdingern. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich auch, ich bin doof. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ah, hier kann ich trainen. Oh mein Gott. other towns wo sind so kleine das wird lustig wenn das funktioniert was denn ich muss erst einmal 1000 bier verkaufen hallo stacy abend dir was musst du verkaufen bier verkaufen so dass wir jetzt lustig warte mal amt ich kann das nicht machen warum steht da wenn ich dich anklicke auf diplomat sie kommt automatisch das ist komisch ich verließe schon wieder leute ja tust du aber warum weiß ich nicht ich weiß nicht mal warum weiß ich auch nicht wenn du dazu sagst ich weiß es halt nicht was ist bei der musik einfach mittendrin aufgehört ich vergesse die ganze zu verkaufen warum hört ihr die musik jetzt ständig immer mittendrin auf das ist das doch für mich schon ich merke jetzt erst dass hier kein schwein arbeitet und nein jetzt ist hier leute auch zu kalt warum arbeitet hier keiner sind die leute hier unzufrieden immer gar nicht warum ist denn jetzt zu kalt dj das ist voll lieb ich mag aber kein meet er hat mir ein becher meh drüber geschoben aber ich mag kein meet noch nie getrunken nein betty died vom kohlt ich glaube ich brauche doch mal so ein kohlding gib mir so ein kohlding anscheinend schiebt er mir auch grad mehr drüber himme dj ja baut ihn werdet glücklich aber wir sind doch glücklich so